Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, hab was vergessen, hab was vergessen. Jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich bereit, oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt, ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher Tag heute ist, oder wer ich bin. Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat, mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität. An deiner Stelle würde ich nicht in diese Richtung gehen, Spongebob. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Kramburger mampfen? Tun sie nicht, sie nur selbst. Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest, den Abfalleimer und der krossen Krabbe. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, eine Doku über das beste Restaurant Bikini-Bottoms zu drehen. Gute Idee. Ein Film über die Köstlichkeiten des Abfalleimers würde glatt Millionen einbringen. Ich meinte die krossen Krabbe. Niemand geht in den Abfalleimer. Es sei denn, er will fragen, wie man zur krossen Krabbe kommt. Jedenfalls, die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die Nägel, die diese Kollision verursachten, herkamen. Vielleicht kann Mr. Krabs dabei helfen. Letztens hat er eine ganze Wagenladung an Nägeln bekommen. Er kennt sich bestimmt damit aus. Okay, einmal zurücksetzen. Hier gibt's nichts zu sehen. Nur einen gigantischen Staub. Ruhe! Ich versuche mit geöffneten Augen zu schlafen. Meerjungfraumann lässt sein unsichtbares Bootmobil wohl gern rumstehen. Howdy, Spongebob! Du bist ja früher wach als ein schlafloser Gockel. Lust auf ein bisschen Karate? Aber hallo! Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen, Sandy. Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen. Kommst du mit? Danke! Aber dieses Eichhörnchen bleibt handschuhfrei. Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen. Gar keine Frage, Sandy. Bereit zum Stemmen, ihr Memmen? Ich bin ein bisschen Kikis größer geworden. Großartig, Spongebob! Mein Garten ist so schön wie ein Frosch mit Fell. Danke für deine Hilfe und viel Spaß mit Patrick! Ach, geliebtes Bikini-Bottom. Der perfektiontastischste Ort. Guten Morgen, bester Freund. Bist du bereit, Held der Handschuhwelt? Aber hallo! Ich hab durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände! Eine Stunde später. Ich wünschte, ich könnte cool sein. Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts gekommen? Ist doch egal. Nee, auch nicht cool genug. Kann ich das haben? Was, die alte Flasche? Voll mystische Magie? Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin langverlorener Schätze der sieben Meere. Zum Schnäppchenpreis. Magische Blubberseifer, verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen, den sie, kannst du haben, was immer du willst. Und werden, wer immer du sein willst. Blubbere deine Wünsche einfach in den Himmel. Hat für mich leider nie geklappt. Eine Stunde später. Ich wünsche, nein. Ich wünsche, nein. Ich wünsche... Okay. Mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Ballons liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballon-Abenteuer seines Lebens. Ballons! Ist ein Tag voller Ruhe und Frieden denn wirklich zu viel verlangt? Wie soll ich denn je mein neuestes Meisterwerk vollenden? Denn ihr Clowns mir ständig die Ohren voll kichert. Ich wünsche mir, dass Tadeus Kunst endlich die nötige Anerkennung bekommt. Was macht ihr beiden denn? Warte kurz. Ich wünschte, die ganze Welt würde erkennen, wie toll Sandy ist. Danke, SpongeBob. Coole Blase. Drei Stunden später. Hey, SpongeBob. Was heißt das, wenn da steht, nur die, die reinen Herzen sind, sind der Macht der Meerjungfrau tränenwürdig? Dass es mir bestimmt war, dieses Seifenblasenwasser zu finden? Moment. Da steht auch, Eigentum von König Neptun. Nicht für Sterbliche geeignet. Sparsam und mit Vorsicht nutzen. Oh-oh. ort James,第 1, zu! missed our song, wie страш— escaped... 75- achten... Oh nein, Patrick. Was haben wir getan? Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer zwielichtigen Kutsche nach hinten losgeht? Ja, das war absolut unvorhersehbar. Moment mal, Patrick. Du bist ein Ballon. Schön wär's. Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier. Oder das. Oder das. Siehst du, Spongebob? Oh, ich bin ein Ballon. Deswegen fühle ich mich in letzter Zeit so aufgebläht. Wir müssen unsere Freunde suchen und schauen, ob es ihnen gut geht. Gut, dass Tadeus so gelassen ist. Andernfalls wird er sich darüber bestimmt... Mein Stein! Mein schöner, großer Stein! Alles, was übrig ist, sind meine... Oh nein! Meine riesigen Klebezettel sind auch weg! Wer erinnert mich denn jetzt daran, mehr riesige Klebezettel zu kaufen? Keine Sorge, Patrick. Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo hier rum. Oder hier. Oder da drüben. Autsch! Sieht ziemlich kaputt aus. Warte mal. Vielleicht hat eins von Sandys missglückten Experimenten dieses Chaos verursacht. Es ist bestimmt alles ihre Schuld. Nein, ich glaube nicht, Patrick. Sandys Experimente hinterlassen immer den Geruch von Eicheln in der Luft. Alles, was ich hier riechen kann, ist... Schwammatem und Seifenblasen. Oh ja, das ist das gute Zeug. Seltsam. Sandys Haus wirkt nasser als sonst. Ich glaube, wir sollten trotzdem die obere Hälfte finden. Ich glaube, wir sollten die Hälfte finden. Nein, nicht die krosse Krabbe. Was sollen die Bürger von Bikini Bottom denn jetzt essen? Wer hilft ihnen, ihre Brieftaschen zu leeren, wenn Mr. Krabs nicht da ist? Ich muss das in Ordnung bringen. Nimm deine schwabelige Hand von mir. Ich bin zu klug, um so zu enden. Ihr idiotischen Vielzeller! Euretwegen herrscht im Bikini Bottom das reinste Chaos. Mein Restaurant ist umgekippt und das arme kleine Fleckchen ist weg. Hättet ihr mich doch mitmachen lassen. Das ist doch, naja, genau mein Ding. Inkorrekt. Oh nein! Sorry, Plankton, wir kriegen das wieder hin. Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnutzt. Korrekt. Warum wiederholst du dich? Hat deine Festplatte mal wieder einen Aussetzer? Inkorrekt. Juhu, hier drüben, meine kleinen Tölpel. Meine entzückenden Lieblinge, ihr habt dieses Unheil überstanden. Oh, Madame Cassandra, wir hatten bloß Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini Bottom zerstört. Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Gelee und, und, und. Ich vermisse mein Gelee-Live. Oh, das ist wirklich vorzüglich. Das ist nicht irgendein Gelee, SpongeBob. Das ist kosmisches Gelee, der Kleber der Realität. Euer Blasenspektakel hat anscheinend Löcher im Universum erzeugt, die das Gelee herausquetschen und eure Freunde in neue, seltsame Welten gezogen haben. Das war auch mein erster Gedanke. Bringt mir so viel davon, wie ihr finden könnt, damit ich es untersuchen und, ähm, euch helfen kann, euer Chaos ungeschehen zu machen. Schließlich trage auch ich Schuld, da ich euch versehentlich einen solch mächtigen Zaubertrank gegeben habe. Klingt plausibel. Jepp, das ergibt Sinn. Ausgezeichnet! Dann ab in die Portale, die sich in der ganzen Stadt geöffnet haben. Mit dem Gelee kann ich kosmische Kostüme für dich schneidern, die jeweils mit einem Portal verbunden sind. Je mehr Gelee, desto mehr Portale können wir durchschreiten. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los, rennen wir Bikini Bottom vor den unbeabsichtigten, aber verheerenden Auswirkungen unserer Handlungen. Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt. Sobald du deine Freunde gefunden hast, kehre mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Oh, ihr fühlt euch deshalb bestimmt furchtbar. Oh, ich seh aus wie ein Viehzucht auf dem Land. Ich frage mich, ob es einen Namen dafür gibt. Einer dieser Freunde ist vielleicht auf der anderen Seite dieses Portals. Komm Patrick, wir müssen sie retten. Wir als Freunde sind dazu verpflichtet. Applaus Musik 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 Musik